Guten Morgen zusammen. Ich mache mich jetzt ganz... Ich bin spät dran. Ich mache mich jetzt ganz flink auf den Weg zu meinem Vater. Weil wir jetzt reich zusammen frühstücken und rasenmähen. Und ich bin halt spät dran. Aber ich nehme die Kamera mit und hoffe, dass ich dann nochmal ein bisschen gevloggt kriege. Jo, von daher sage ich mal, bis später. Kommt gut in den Tag, Leute. Meine lieben Leute, rasenmähen ist anstrengend. Okay, vor allen Dingen, da wir jetzt mit einem geliehen Rasenmäher arbeiten müssen. Lange Geschichte, mein Vater hat sich ein Rasenmäher vom Nachbarn geliehen, aber der ist so winzig und so leicht. Und unsere ist halt einfach größer und damit geht es schneller. Ja, ich habe jetzt aber wenigstens schon gut die Hälfte geschafft. Und es ist heute so warm und drückend, aber ich zeige euch mal. Ich habe schon wieder gejammert. So, das habe ich schon gemäht. Das Stück hier. Und das Stück da hinten. Hinter dem Weg, das muss ich noch mähen. Aber dann bin ich auch schon fertig. Boah, dann nur noch den Rasenschnitt zusammen machen und dann war es das. Eigentlich ganz okay. Deswegen werde ich jetzt auch nicht länger jammern und mich hier nicht länger mit Video aufhalten, sondern weiter mähen. Wir sehen uns dann gleich. Fertig. Jetzt muss ich das gleich nur noch zusammen machen, den Rasenschnitt. Und dann war es das. Jo, ich bin gerade sehr froh. Fans und Freunde, es ist spät. Es ist 10 nach 11. Wie man sieht, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte heute einen ziemlich coolen Tag eigentlich. Abgesehen davon, dass das Rasen mir natürlich anstrengend war. Hatte ich doch einen coolen Tag mit meinem Vater, war dann noch bei Steffi ein bisschen. Jo. So lässt sich das schon aushalten. Ich bin gerade etwas nervös. Was heißt nervös? Nee, nervös ist das falsche Wort. Aufgeregt. Ich habe Montag ein Fotoshooting, auf das ich mich gerade sehr freue. Und wo ich mir noch ein paar Gedanken zumachen muss. Und das werde ich morgen tun. Ansonsten bleibt mir gerade, wie immer, nichts anderes zu sagen als Strafgut. Gute Nacht, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Ich werde jetzt noch den Vlog von gestern fertig machen. Wir sehen uns morgen.